hallo und herzlich willkommen zum upia screencast ich bin wieder der bene und heute zeige ich euch in upologus die player versus player kämpfe um dahin zu kommen müsst ihr hinten auf das schwarze brett in der taverne klicken und dann kommt ihr in so einen übersichtsbildschirm wo ihr euch einem team anschließen könnt oder eines gründen ich trete jetzt hier einem bei der teamgründer eröffnet das spiel und dann geht das auch schon in die erste runde hier auf der linken seite mein team mit meinen kollegen thomas und julia und auf der rechten seite ein gemischtes team aus support und azubis und hier oben mit dem nickname petris der den ersten schuss mal gucken was er zaubert oder haut schon mal ganz gut rein die langen ganz schön zu und sind auch noch in der überzahl und das ist das wird schwierig das spiel naja aber immerhin leben wir noch ich gehe hier auf lady aziza weil es ja schwächste glied in der kette gerade ist damit wir hier wenigstens mal zahlenmäßig gleichstand erringen können ich mal wieder ein bisschen vorsichtiger damit ich die ganzen punkte habe und währenddessen schaltet mein kollege sie schon aus naja damit hat mein zauber spruch jetzt nicht mehr viel sinn hätten wir uns da mal besser abgesprochen also runde 2 die gegner sind wieder dran und schenken uns hier gleich ordentlich ein aua 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 schon wieder auf die gleiche nein jetzt sind wir noch zu zweit ich habe jetzt mal ein paar runden übersprungen wir haben es irgendwie geschafft zu überleben und haben sogar einen von ihnen ausgeschaltet und jetzt setze ich mal wieder zum angriff an treffer nein drei kleine punkte das gibt es doch nicht bleiben stehen hätte ich mal lieber sauberer gezeichnet dann wäre jetzt kaputt ärgerlich naja wir haben auch nur deswegen so lange überlebt weil wir jemand zur ablenkung zu den azubis ins büro geschickt haben um unsere unterzahl hier zu überspielen im krieg ist das erlaubt so und der andere darf jetzt auch noch mal schießen und in die nächste runde jetzt mache ich ihn aber jetzt erwische ich ihn also die drei pünktchen nehmen wir einen feuerball und zeichnen ruhig ein bisschen schlampig weil jetzt schaffen wir es wirklich mein kollege nimmt sich den oberen vor und damit wäre der weg vom fenster der gegner wehrt sich noch mal und es steht eins gegen eins ich habe mir gedacht wir machen es noch mal spannend und liefern euch hier in den showdown was nämlich die feuerschraube ist glaube ich ganz gut diesmal ein bisschen genauer zeichnen nicht dass ich wieder knapp daneben liegt hervorragend rund 900 aber es hat nicht gereicht so jetzt bin ich mal gespannt was er hier auf zaubert er will so besonders spannend machen und mich hier noch ein bisschen warten lassen er trifft mich auch noch mal ganz gut aber ich habe es überlebt so jetzt müssen wir hier aber schluss machen runde 13 wir sind schon länger als im boxkampf ein kleiner blitz und damit müsste ich ihn dann hoffentlich haben und hervorragend sagt er und damit ist er ko wir haben gewonnen also jetzt seid ihr dran macht auch so spannende kämpfe wenn ihr dabei was schönes erlebt erzählt mir doch in den youtube kommentaren wir sehen uns beim nächsten mal ciao